China untersagt alles Gedenken an Tiananmen-Massaker, Hongkonger rufen zu alternativen Protesten auf Das Gedenken an die blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 auf den Tiananmenplatz in Peking findet in China selbst auch in diesem Jahr nicht statt. In Hongkong, wo es sonst am Jahrestag große Demonstrationen gab, will die Regierung ebenfalls Kundgebungen verhindern, und hat mit harten Strafen gedroht. Aktivisten setzen auf alternative Proteste.Nur die strengen Sicherheitsvorkehrungen um den Platz des himmlischen Friedens weisen auf den Jahrestag in Festlandchina hin. Das Massaker ist in der Volksrepublik ein Tabu, die Regierung schweigt es seit Jahrzehnten tot. Vor 32 Jahren hatten Hunderttausende Menschen wochenlang für Demokratie, Freiheit und gegen Korruption demonstriert. Auf dem Tiananmenplatz traten Studenten in einen Hungerstreik, während ein Machtkampf die Führung lähmte.Der reformerische Parteichef Zhao Ziyang hegte Sympathien für die Studenten, doch am Ende setzten sich die Hartliner und der starke MAN in Anführungszeichen den Xiaoping durch, der die Truppen rief. Am 4. Juni 1989 gingen Soldaten der Volksbefreiungsarmee gegen die friedlichen Demonstranten vor. Hunderte Menschen wurden getötet. Die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Tausende wurden verletzt, und inhaftiert.Angehörige fordern Entschädigungen seit dem Versuch die chinesische Führung, das Massaker zu verschweigen. So wird auch ein offener Brief der Opferfamilien nicht in Medien erwähnt, stattdessen die Zensur im Internet rund um den Jahrestag verstärkt. Die in dem Netzwerk der Mütter von Tian-Anmen-Anführungszeichen zusammengeschlossenen Angehörigen forderten in dem Brief die Offenlegung der Wahrheit über das Massaker, sowie eine Entschädigung. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in dem Schreiben, das die Menschenrechtsorganisation Human Rights in china-Anführungszeichen veröffentlichte. Aber 32 Jahre später sehe man immer noch keinen offiziellen Versuch, die Informationen über das Blut.